Mathieu Chantelen 1 zu 6 in der Lage. An was ist es gelegen heute? Ja, es ist schwierig zu analysieren. Ich glaube, das Resultat ist viel zu hoch eigentlich. Wir hatten unsere Chancen, aber eigentlich haben wir kein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, es muss viel mehr von uns kommen. Klar, gerne für das Super daheim. Es ist ein guter Lauf, das ist klar. Aber von uns muss es mehr kommen. Der THC Biel das erste Mal drei Mal hintereinander verloren. Und der Gegengalschnitt aus den letzten drei Spielen von sechs Goals. Was ist los im Moment mit Biel? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Moment haben wir vielleicht gleich ein wenig das Tief. Aber das gibt es in der Saison. Ich glaube, wichtig ist, dass wir aus diesem Tief wieder rauskommen. So schnell wie möglich. Und ich glaube, morgen ist es schöner, dass wir gleich wieder die Chancen dazu haben. Es geht halt nur, wenn wir 100% Intensität bringen. Und das von Anfang an und vor allem über 60 Minuten. Und ich glaube, wir sind unseren Fans zu Hause an das schuldig.